Hallo! Einige haben wahrscheinlich schon auf meinen sozialen Netzwerken gesehen, dass ich meine Haare geschnitten habe. Ich wollte jetzt heute einfach mal darüber reden, wieso, wie genau das jetzt aussieht, weil auf Bildern sieht es ja auch doch immer ein bisschen anders aus, als wenn ich euch jetzt direkt einmal rumdrehe, zeige, wie jetzt das Endergebnis und so weiter aussieht. Ob ich damit zufrieden bin. Einfach rund um meine neuen, ich würde schon fast sagen kurzen Haare. Das ist für mich wirklich eine Riesenumstellung. Ich glaube heute ist sogar mein dritter Jahrestag. Also am 6. Juni 2012 habe ich mit YouTube angefangen und ich hatte diese ganzen Jahre immer lange Haare. Ich glaube echt das letzte Mal, wo ich sie schulterlang hatte, war vielleicht in der 5. Klasse. Da habe ich noch ein Foto von, das kann ich euch jetzt sehr gerne einblenden. Als Kind, gerade noch als kleineres Kind, hatte ich immer so schulterlange Haare. Und dann wurde man einfach älter und plötzlich fand man lange Haare total toll. Ich habe immer davon geträumt, einfach so ein Mädchen zu sein, was so richtig schöne, dicke, lange Haare hat. Zum Beispiel wie Ischda Isig. Ich finde ihre Haare so toll. Die fangen einfach voluminös an, gehen voluminös runter, aber solche Haare habe ich einfach nicht. Mit meinen Haaren war ich die letzten Monate so unzufrieden. Gerade auf meinem Vlog-Channel, habt ihr mitbekommen, ich habe echt in jedem Vlog darüber geredet, soll ich sie mir abschneiden? Wie viel soll ich mir abschneiden? Was meint ihr dazu? Ich wusste zuerst nicht, was ich machen will und dann habe ich mir einfach gedacht, ich schneide sie ab. Ich war echt gestern, war ich beim Friseur und ich wusste gestern noch nicht richtig, was mache ich jetzt? Wie viel schneide ich ab? Will ich sie überhaupt schulterlange haben oder bleibe ich doch bei der Länge und schneide nur meine Spitzen? Und eigentlich habe ich gedacht, ich lasse sie bis zum Abschluss noch. Ich feiere ja dieses Jahr meinen Realabschluss. Und ich dachte, bis dahin lasse ich sie noch lang, damit ich mir dann schöne lange Locken habe. Aber dann dachte ich mir so, was bringt es, wenn ich an meinem Abschluss dann lange Locken habe, wenn ich das aber hässlich finde? Vor drei Tagen habe ich ein Bild gesehen auf Google. Ich habe einfach mal eingegeben Longbob und dann dachte ich so, boah, das ist die perfekte Länge. Habe ich auf Twitter gepostet. Und einige haben gesagt, schneid dir es und seitdem habt ihr mich nur noch zugespampt mit, schneid dir einen Longbob, das würde dir so toll stehen. Und ich habe jetzt meiner Frisierin gar kein Bild gezeigt, sondern bin da einfach hingegangen. Sie fragt, ja, was möchtest du? Und ich so, ja, ich will sie ein bisschen kürzer haben. Und ich zeige einfach knallhart, so. An dem Tag habe ich, bevor ich meine Haare geschnitten habe, noch den Spruch gelesen, der größte Fehler, den ihr in eurem Leben machen könnt, ist Angst davor, Fehler zu machen. Und dann dachte ich mir so, dieser Spruch hat so recht, ich gehe jetzt einfach da hin und schneide mir die Haare ab. Und ja, ich würde sagen, ich öffne euch jetzt mal meine Haare. So, das sind jetzt meine neuen Haare. Ich würde schon sagen, dass sie in die Richtung Longbob gehen, aber doch sind sie halt, ja, also ich wollte schon eher kürzere Haare, aber solche Haare, dass sie dann doch noch so hier auf der Schulter liegen. Also nicht, dass sie komplett so in der Luft hängen. Ich habe der Friseurin einfach gesagt, ich will, dass sie so ein bisschen, ja, nicht so gammlig abgeschnitten sind, sondern schon, dass ich hier vorne das so ein bisschen abgestuft habe, dass die Haare generell ein bisschen durchgestuft sind. Ich habe auch schon auf Snapchat darüber mit euch gesprochen, hier hinten. Hat sie mir ein bisschen zu hohe Stufen gemacht, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich konnte mir selber echt bis gestern nicht vorstellen, wie ich mit diesen Haaren aussehen werde. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, es ist einfach mal was Neues. Ich finde, meine Haare sehen fresher aus. Ich finde auch, dass es ehrlich gesagt gar nicht schlecht zu meinem Gesicht aussieht. Ich habe ja auch befürchtet, da ich eher eine runde und auch einen großen Kopf habe, dass das vielleicht nur noch die Rundheit meines Kopfes betont. Aber nein, ich finde es wirklich sehr schön. Ich habe auch versucht, mit dieser Haarlänge Locken zu machen, weil ich ja an meinem Abschluss, wie schon gesagt, sehr gerne Locken haben will. Und ich blende euch hier jetzt mal die Videos von Snapchat ein mit den Locken. Da könnt ihr mir ja auch mal sagen, wie ihr das findet. Ich kann euch auch dann nochmal sehr gerne ein Locken-Tutorial machen zu Locken. Also wie man schöne Locken macht bei dieser Länge. Schreibt mir, wie gesagt, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Und gerade auch im Video. Weil auf den Bild sind total viele abgegangen, haben gesagt, wow, das sieht so toll aus und es ist viel besser als davor. Aber ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, die gesagt haben, nein, davor war es viel besser. Insgesamt kann man aber eigentlich sagen, ich bin zufrieden und ich bin glücklich. Es ist was Neues. Und wer sich jetzt fragt, du hast doch voll den Ansatz. Willst du die nicht nachfärben? Ich mache das nie beim Friseur. Sondern ich habe mir gestern bei Rossmann dann eine neue Haarfarbe gekauft. Und dann wird mir meine Schwester oder ich selber werde die nachfärben. Aber auf jeden Fall haben auch einige Leute nach einem Update zu meiner Haarroutine gefragt. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal wieder, welche Produkte ich momentan benutze. Es ist von der Spülung her gleich geblieben. Ich benutze immer noch die Garnier Fructis Oil Repair 3 Haarspülung. Ich finde die immer noch sehr gut. Und als Shampoo benutze ich momentan von Dove das Oxygen Shampoo für feines und kraftloses Haar. Da wechsle ich mich einfach ein bisschen durch. Manchmal benutze ich noch das Shampoo, was ich in der letzten Haarroutine gezeigt habe. Aber manchmal auch das. Und bevor ich jetzt das Video länger unnötig in die Länge ziehe, würde ich sagen, ihr schreibt mir, wie ihr das findet in die Kommentare. Also auch gerne auf meinen sozialen Netzwerken. Ich glaube, viele folgen mir auch noch nicht auf Snapchat. Ich heiße dort Change Ilona. Folgt mir dort sehr gerne. Ich poste da auch ab und zu mal täglich wirklich eine 300-Sekunden-Story. Also manchmal, wenn ich Bock habe, snapple ich sehr viel. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich werde beim nächsten Video dann wieder genau so aussehen. Ich glaube, auch ihr müsst euch noch so ein bisschen dran gewöhnen. Nicht so stark, wie ich mich dran gewöhnen muss. Aber ja. Ja, das sind meine neuen Haare. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!